Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Vielleicht kennst du das auch von deiner Pillenpackung, dass da für drei Wochen Pillen drin sind und dann eben nicht. Die sogenannte Pillenpause, Abbruchblutung, sieben Tage Pause. Was hat es überhaupt damit auf sich? Ist das die Menstruation, also die normale Periode? Und macht das überhaupt einen medizinischen Sinn, eine Blutung zu haben mit der Pille? Das klären wir jetzt. Eine Frage, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme in der Praxis. Was hat es mit dieser sieben Tage Pause zu tun, mit dieser Blutung, die ich dann bekomme? Das ist ja meine Periode. Das gibt mir ja die Gewissheit, dass ich nicht schwanger bin. Und das mindert ja auch das Risiko für irgendwelche Thrombosen oder irgendwelche anderen Nebenwirkungen wie eine Depression. Deswegen macht man ja diese Pillenpause. Stimmt's? Stimmt nicht. Stimmt's? Klassische Lehrer-Suggestivfrage von früher. Nein, das stimmt nicht. Die Pillenpause hat überhaupt gar keinen medizinischen Nutzen. Und ich erzähle euch auch, woher diese Pillenpause überhaupt kommt beziehungsweise warum sie überhaupt etabliert wurde. Das hat nämlich auch damals, als die Pille in den 60ern rauskam, mit der katholischen Kirche zu tun und den Pharmaunternehmen, die natürlich trotzdem darauf aus waren, irgendwo auch das Backup zu bekommen von der katholischen Kirche. Und die Pharmaunternehmen wollten das Ganze also so natürlich wie möglich einem verkaufen. Nicht nur den AnwenderInnen, sondern eben auch der bewertenden Masse, ob das die katholische Kirche ist oder die Medien. Sie wollten einfach dafür sorgen, dass so eine Pille, also so ein synthetisch hergestelltes Hormonpräparat, was man einnimmt, trotzdem natürlich wirkt. Also hat man gesagt, wir machen drei Wochen eine Hormonbehandlung, nehmen das den Frauen dann weg und siehe da, sie kriegen eine Blutung, alles ganz natürlich. Aber einen medizinischen Zweck und Nutzen hat das Ganze überhaupt nicht. War eine Marketingstrategie, hat sich dann über die letzten Jahrzehnte ebenso etabliert. Mittlerweile gibt es viele Pillen, die man auch durchnimmt, auch gewollt durchnimmt. Und trotzdem gibt es immer noch eine Masse von Pillen, und das sind die allermeisten, wo eine Pillenpause eingebaut ist. Dabei handelt es sich aber nicht um diese gewöhnliche Menstruation oder Periode. Dabei handelt es sich nicht um eine reinigende Funktion, sondern es ist eine Entzugs- oder auch Abbruchblutung. Durch die Hormone wird Schleimhaut ein Stück weit stimuliert, aufgebaut. Nicht in dem Maße, wie es der natürliche Zyklus machen würde, aber eben ein bisschen. Und sobald man diese Hormone wegnimmt, fangen diese Spiralarterien unter der Schleimhaut an, sich zusammenzuziehen. Und dadurch kommt ein Abrutschen und eine Abbruchblutung, künstlich hervorgerufen, ohne irgendwelchen medizinischen Sinn. Und da wird natürlich auch von vielen Anwenderinnen gesagt, ja, aber das gehört ja dazu, die Periode ist ja etwas Natürliches, und auch diese Blutung, das reinigt, das zeigt mir, dass ich nicht schwanger bin. Was man dabei vergisst, die Frauen von heutzutage bluten viel mehr, als es früher der Fall war. Unterm Strich stehen 450 Periodenblutungen im Leben einer Frau. Früher waren das nur 150. Und mit früher meine ich jetzt nicht Steinzeitalter, sondern wirklich auch schon Mittelalterzeit. Womit hatte das zu tun, oder womit hat das zu tun, dass früher die Frauen natürlich viel häufiger schwanger wurden? Auch hier hat die Pille natürlich ein Wörtchen mitzuspielen. Und sie haben viel länger gestillt. Und durch das Schwangersein und die Stillperioden hat man natürlich eine ganz lange Karenz, wo man eben keine bis wenig Menstruationen hatte. Heutzutage bekommen die Frauen weniger Kinder. Wir haben diese siebentägige Abbruchblutung, womit so eine Riesenzahl unterm Strich da steht an Periodenblutungen im Leben einer Frau. Dass das vom Körper her anstrengend ist, wenn man jedes Mal eine Espressotasse Blut verliert, jeden Monat, das kann sich, glaube ich, auch jeder an einer Hand zusammenzählen. Früher war das eben nicht so. Eine weitere Argumentation ist natürlich, ja, aber wenn ich nicht blute, dann staut sich ja meine Schleimhaut auf. Und ich habe sogar schon in der Praxis gehört, dann schimmelt die ja irgendwann, wenn die nicht rauskommt. Wenn ich jetzt die Pille nehme und dann quasi keine Pause machen würde. Das stimmt eben nicht. Durch diese Pillen wird zwar ein bisschen Schleimhaut aufgebaut, ganz minimal, aber es ist nicht so, dass die da kumuliert und irgendwann größer wird und vor sich hin wabert und anfängt zu schimmeln und deswegen kriegt man irgendwie eine Blutvergiftung. Das ist eben nicht so. Also die Blutung an sich hat medizinisch jetzt keinen reinigenden Effekt. Es werden auch keine Keime ausgespült etc., weil das einfach vom Mikrobiom her eh das Mikrobiom der Frau ist. Es sind keine Fremdkeime im Menstruationsblut enthalten, die da irgendwie gefährlich werden könnten, wenn sie zu lange vor Ort sind. Experten gehen sogar so weit, dass sie sagen, eine Periodenblutung hat sogar das Potenzial, gefährlich zu sein, weil sich dadurch natürlich der Muttermund öffnet und weil dadurch so eine visköse, also flüssige Straße entsteht, wo Bakterien besser aufsteigen können in die Gebärmutter, die dann eben nicht zum Mikrobiom gehören, sondern eben von außen hinzugefügt werden, sodass das Gegenargument das andere so ein bisschen auffiegt. Die Periodenblutung sagt auch nichts darüber aus, ob bei dir noch alles gesund läuft, ob noch alles funktioniert. Sie sagt ja eigentlich nur, ich habe eine Gebärmutter, denn das ist das Einzige, was die Pillenpause macht. Ich baue ein bisschen Schleimhaut auf, ich nehme die Hormone weg und es geschieht eine Abbruchblutung und diese Blutung muss eben aus der Gebärmutter kommen. Also ja, das ist der einzige Zweck. Ich habe eine Gebärmutter, kannst du dir als Frau sagen, wenn du eine Pillenpause einlegst. Die Langzeitanwendung der Pille, da komme ich gleich noch zu, führt auch nicht zu einer Unfruchtbarkeit, weil du setzt ja deinen ganzen weiblichen Zyklus jetzt kalt. Du machst quasi so einen Freeze-Zustand. Deine Eibläschen, die werden nicht stimuliert, es kommt nicht zum Eisprung. Das heißt, es bleibt alles so, wie es ist. Man könnte sogar behaupten, dass die Reserve, die jetzt vorhanden ist, dort belassen wird und nicht irgendwelche Eisprünge da umsonst vonstatten gehen, wenn man das jetzt ganz spitzfindig gegenargumentieren möchte. Also nein, sie macht dich auch nicht unfruchtbar, wenn man die Pille durchnehmen würde. Und ganz gängiges Argument, ja, ich will aber wissen, dass ich nicht schwanger bin. Und das schaffe ich eben durch diese Blutung. Das kann man so gelten lassen. Okay, eine Blutung heißt ja in den meisten Fällen, ich bin nicht schwanger. Aber es gibt eben auch die Einnistungsblutung. Das kennen vielleicht Frauen, die früh schwanger sind. Dann blutet es auch, manchmal sogar zwei, drei Tage, also wie eine kurze Periode. Oder es gibt bei der Einnistung auch solche Schmierblutungen im ersten Trimester. Also zeigt ja auch die Blutung nicht unbedingt an, ah, ich bin nicht schwanger. Wenn man die Pille im Langzeitzyklus durchnimmt und das regelmäßig tut und dazwischen eben keine Durchfälle hat oder keine Antibiotikatherapie macht oder kein Erbrechen hat, dann ist es quasi medizinisch fast unmöglich, ist gar nichts in der Medizin, ist klar, schwanger zu werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird, wenn man die Pille durchnimmt, regelmäßig, ohne dass man Durchfälle hat oder Erbrechen oder Antibiotikatherapie nimmt oder andere Interaktionen von Medikamenten hat, dann ist es nahezu unmöglich, dass man schwanger wird in der Langzeiteinnahme der Pille. Also es ist auch nicht unbedingt der Trigger, dass man sagt, ich bin jetzt nicht schwanger, weil ich habe meine Blutung. Aber wenn ich das jetzt im Langzeitzyklus nehmen würde, so eine Pille, steigert sich dann nicht auch die Rate der Nebenwirkung, weil ich nehme ja mehr Hormonen zu mir. Das ist ein sehr, sehr schlauer Gedanke, wo auch viele Studien gesagt haben, dem gehen wir mal nach und vergleichende Langzeitstudien haben jetzt auch gezeigt, nein, das Risiko einer ganz normalen Pillenpause und einer pillennebenden Frau und auch die, die es im langen Zyklus nimmt, ist identisch. Das heißt, das Risiko ist natürlich, je nach Pillenkonstellation und Hormonkonstellation, ist erhöht für eine Thrombose zum Beispiel oder auch für eine Depression, aber sie ist nicht erhöhter, wenn man die Pille im Langzeitzyklus nimmt, sondern genauso hoch. Also das Argument kann auch nicht zählen, auch wenn natürlich grundsätzlich die Aussage stimmt, die Pille, je nachdem welche, kann das Thrombose-Risiko oder das Depressionsrisiko erhöhen. Wir haben es also jetzt schon durch die Blume ein paar Mal angesprochen. Es gibt die Möglichkeit, die Pille, die du mit dieser siebentägigen Pause kennst, einfach durchzunehmen. Wie lange kann man das denn durchziehen? Drei Monate, sechs Monate, Jahre? Und da gibt es mittlerweile Studien über die dreimonatige Einnahme, gibt es sehr viele, auch über die sechsmonatige. Darüber hinaus gibt es noch wenige Langzeitdaten, ist aber davon auszugehen, dass da auch kein erhöhtes Risiko bei rauskommt. Also tendenziell kann man das sehr, sehr lange machen. Man kann es sich überlegen, ob man nach sechs Monaten mal eine vier- bis siebentägige Pause macht. Nutzen hat diese Blutung dann aber eben auch nicht. Aber für das Gefühl vielleicht, für die Frau oder zu sagen, okay, da funkt es sich, ich habe noch eine Gebärmutter, kann man das überlegen zu machen. Wichtiger Punkt und wichtiger Disclaimer hier auch, ihr dürft niemals einfach so die Pille im Langzeitzyklus jetzt durchnehmen, weil ihr das jetzt gehört habt von mir und einfach mal machen wollt, sondern ihr müsst das immer mit eurer Gynäkologin besprechen und absprechen, ob das bei euch überhaupt möglich ist. Ich kenne eure Vorerkrankungen nicht, eure Vorgeschichten nicht. Ihr müsst es also vorher einmal besprechen, ob das möglich ist mit eurer Pille, die ihr nehmt und ob es sinnvoll ist oder ob es da irgendwelche Gegenargumente gibt, gesundheitlicher Natur. Was auf jeden Fall auf der Kontraliste ja steht, sind ein Stück weit die Kosten. Denn klar, wenn ihr die Pille jetzt nicht nur 21 Tage nehmt, sondern eben durchnehmt, braucht ihr unterm Strich mehr von diesen Pillen. Das heißt, ihr braucht mehr Packungen und wenn ihr eben unter 23 Jahre alt seid und ihr das nicht von der Krankenkasse bekommt, müsst ihr das selber zahlen. Ist also ein Kostenfaktor, den man nicht vergessen sollte. Andere sagen, ja, aber die Periodenprodukte mit Tampon, Binde etc. oder Tasse, die stehen ja auch noch zu Buche und auf der Agenda. Klar, das könnt ihr euch gegenrechnen, was für euch eben günstiger oder eben teurer ist. Wenn man das unterm Strich nochmal zusammenfasst. Also, diese Abbruchblutung, diese siebentäckige Pause bei der Pille hat überhaupt keinen medizinischen Sinn, ist mal erfunden worden, um quasi viele Menschen da ein bisschen beruhigter und glücklicher zu machen. Ihr könnt diese Pille in den meisten Fällen durchnehmen. Ihr müsst unbedingt das vorher mit eurer Gynäkologin sprechen. Der Sinn und Zweck dieser Abbruchblutung in der siebentäckigen Pause bleibt allen so ein bisschen vorbehalten, wenn man sagen möchte, okay, das gibt mir aber eine gewisse Sicherheit oder ich möchte gerne auch die Periode haben, ich fühle mich damit gut, ich fühle mich damit auch reiner, dann macht das natürlich weiter. Nur wenn ihr sagt, mich nervt eine Periodenblutung oder ich habe sowieso eine Endometriose, dann ist dieses Langzeitintervall, diese Einnahme vielleicht eine Option, die ihr mit eurer Gynäkologin mal besprechen könnt. In diesem Sinne hoffe ich, ihr seid jetzt ein Stück weit aufgeschlaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.